Sie haben ein wirklich tolles Produkt oder Sie bieten eine Dienstleistung an, die wirklich nützlich ist? Wie erfahren potenzielle Kunden, was das Besondere daran ist? Wie erklären Sie Ihren Interessenten, wie es funktioniert? Da ist natürlich das persönliche Gespräch ganz wichtig, keine Frage. Wenn Ihr Kunde aber schon vor dem Gespräch weiß, worum es geht, dann tun Sie sich leichter, dann tut er sich leichter. Wenn ihm dann nach dem Gespräch noch Fragen einfallen, dann findet er die Antworten darauf vielleicht im Video und muss nicht noch einmal Sie fragen. Damit sparen Sie Zeit. Das Erklärvideo ist die perfekte Ergänzung zum persönlichen Gespräch. Betrachten wir es einmal kurz wissenschaftlich. Wir Menschen vergessen schnell, vor allem, wenn wir die Informationen nur eindimensional bekommen, also entweder nur für die Ohren oder nur für die Augen. Da gibt es diese berühmten Behaltenskurven, wie viel wir uns merken, wenn wir etwas nur hören oder nur sehen oder hören und sehen oder vielleicht sogar selbst ausprobieren können. Also das mit dem Ausprobieren wäre zwar optimal, geht aber halt nicht immer. Fast genauso gut merken wir uns aber das, was wir sehen und hören. Am besten in einer Umgebung, die wir uns selbst aussuchen können. Konzentriert oder entspannt, je nachdem. Und wie geht das besser, als mit einem Video von Flipzack.